Was ist der Unterschied zwischen einem Entwicklungsgespräch und anderen Gesprächsformen? Was charakterisiert ein Entwicklungsgespräch und wie kann der Ablauf eines Entwicklungsgesprächs sein? Eine Antwort auf diese und weitere Fragen erhältst du im folgenden Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema Entwicklungsgespräche. Auf diesem Kanal erscheint jede Woche mindestens ein neues Video rund um den Erzieherberuf. Lass dir gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren informativen Videos mehr zu verpassen und den Erzieherkanal zu unterstützen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Das Ziel eines Entwicklungsgesprächs ist ein möglichst objektiver und wertfreier Austausch zwischen den am Erziehungs- und Entwicklungsprozess des Kindes beteiligten Personen. In der Regel also zwischen dem Erzieher der Erzieherin und den Eltern des Kindes. Das Gespräch wird dazu geführt, um die optimale Entwicklung des Kindes zu gewährleisten. Als Erzieherin oder Erzieher kann es hilfreich sein, sich vorab in die Situation der Eltern hineinzuversetzen. Das Kind ist bei den meisten Eltern das Wichtigste und Wertvollste im Leben. Sie möchten, dass sich ihr Kind optimal entwickelt und unter den besten Umständen betreut wird und dass es bei Schwierigkeiten die optimale Unterstützung erhält und optimal gefördert wird. Die meisten Eltern sind vor Entwicklungsgesprächen nervös und aufgeregt, haben Angst vor Bewertungen oder negativen Gesprächen. Ein empathisches Gespräch auf Augenhöhe ist daher sehr wichtig. Das Entwicklungsgespräch stellt eine sensible Kommunikationssituation dar. Das Entwicklungsgespräch sollte zu jedem Kind mindestens einmal pro Jahr stattfinden. Also nicht nur bei Bedarf oder bei Auffälligkeiten. Wichtig ist auch, dass das Gespräch einen vorab fest vereinbarten Termin darstellt. Gespräche zwischen Tür und Angel stellen kein Entwicklungsgespräch dar, lediglich einen kurzen Austausch. Die meisten Bildungspläne der einzelnen Bundesländer sehen einen solchen Gesprächstermin mindestens einmal im Jahr vor. Für ein Entwicklungsgespräch wird ein Zeitraum von etwa einer Stunde angesetzt. Der Ablauf rund um die Thematik des Entwicklungsgesprächs. Die Thematik des Entwicklungsgesprächs gliedert sich grob in drei Phasen. Der Vorbereitung, des Gesprächs an sich und der Nachbereitung. Alle drei Phasen sind wichtig und keine davon sollte ausgelassen werden. Phase 1 – Die Vorbereitung Ein Entwicklungsgespräch sollte vorbereitet werden. Um auf die Erwartungen und Wünsche der Eltern einzugehen, können diese vorab erfragt werden. So werden keine falschen Erwartungen oder Hoffnungen an das Gespräch gestellt. Du und die Eltern wissen, was sie erwartet. Das Entwicklungsgespräch ist kein Bewertungs-, Diagnostik- oder Expertengespräch anderer Fachrichtungen, also zum Beispiel der Logopädie, Ergotherapie, Frühförderung und so weiter. Bis zum vereinbarten Termin sollten Beobachtungen und Dokumentationen gesammelt werden und bei Bedarf können weitere erstellt werden. Diese bieten die Grundlage für das Gespräch. Für das Entwicklungsgespräch sollte ein Gesprächsleitfaden erstellt werden. Welche Punkte werden angesprochen? Welche Themen sind relevant und was sollte auf jeden Fall angesprochen werden? Diese Punkte sollten nach Priorität und Dringlichkeit aufgelistet werden. Die einzelnen Punkte unterscheiden sich je nach Kind und dem individuellen Entwicklungsstand. Das Gespräch sollte in einem ruhigen und störungsfreien Raum stattfinden. Elterngespräche finden in der Regel in der Einrichtung statt. Aber auch Hausbesuche sind in manchen Fällen möglich. Auch auf sprachliche Barrieren sollte geachtet werden. Bei Bedarf kann eine weitere Person als Dolmetscher oder Dolmetscherin zur besseren Verständigung hinzugezogen werden. Phase 2 – Der Gesprächsablauf Nach der Begrüßung ist es sinnvoll, den strukturellen und organisatorischen Rahmen des Gesprächs darzustellen, also beispielsweise die Dauer des Gesprächs, ob ein Protokoll geführt wird und so weiter. Im Anschluss werden die Gesprächsinhalte angesprochen. Hier kommt der vorab erstellte Gesprächsleitfaden zum Einsatz. Es gibt keinen vorgefertigten Leitfaden, der bei jedem Entwicklungsgespräch passt und sinnvoll ist. Als kleine Anregung können dir die folgenden Fragen vielleicht helfen. Welche Entwicklungsschritte hat das Kind in den letzten Wochen und Monaten gemacht? Womit beschäftigt sich das Kind momentan sehr intensiv? Wo liegt das Interessensgebiet? Was sind die aktuellen Bildungsthemen des Kindes? Wie interagiert das Kind in der Gruppe? Also welche Rolle wird in der Gruppe eingenommen? Wie erleben die Eltern das Kind zu Hause? Unterscheiden sich die Beobachtungen der Eltern mit denen aus dem Kindergarten? Benötigen die Eltern Unterstützung, Hilfen oder mehr Informationen in bestimmten Bereichen, beispielsweise für ein Kindertouren, ein Sportverein, aber auch für Anlaufstellen, für Beratungen oder zur Diagnostik? Wie wird der Entwicklungsstand des Kindes eingeschätzt? Zur groben Orientierung eignen sich hier die Milestones der einzelnen Entwicklungsbereiche. Der Punkt mit dem Entwicklungsstand umfasst ein sensibles Thema, welches die Eltern oft am meisten interessiert. Häufig mit der Hoffnung, dass alles okay ist oder dass ihr Kind überdurchschnittlich gut entwickelt ist. Die Förderbereiche sollen angesprochen werden und zusammen an Fördermöglichkeiten gearbeitet werden. Die Eltern sind die Experten ihrer Kinder und haben neben der Kindergartensituation, für die du, der Experte oder die Expertin bist, noch weitere Alltagssituationen erlebt. Aus dem Zusammentragen dieser Beobachtungen und Einschätzungen von dir und den Eltern lassen sich gemeinsame Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind erarbeiten. Als Erzieherin oder Erzieher solltest du in einem Entwicklungsgespräch darauf achten, nicht in eine Bewertung oder Diagnostikschiene zu rutschen. Also das Kind der Eltern nicht mit anderen Kindern vergleichen oder Verdachtsdiagnosen zu äußern. Das Gespräch sollte nicht auf Defizite bezogen werden, sondern auf die Stärken und Entwicklungsfortschritte. Die Beobachtungen deiner Kollegen und dir sollten die wichtigsten Inhaltspunkte des Gesprächs darstellen. Zur Veranschaulichung und positiven Gesprächsgestaltung kannst du das Portfolio des Kindes hinzuziehen. Was solltest du tun, wenn schwierige Situationen entstehen, wenn es Probleme oder Hindernisse gibt? Auch negative Dinge sollten angesprochen werden, auf keinen Fall unter den Tisch kehren. Dabei ist es wichtig, diese möglichst neutral anzusprechen und keinen Monolog oder Vortrag zu führen. Im Idealfall entsteht ein Gespräch und Austausch mit den Eltern zu einer bestimmten Problematik. Wenn ein Kind in der Einrichtung beispielsweise häufig in ausatmende Konflikte gerät, dann wäre es interessant zu wissen, ob dies auch außerhalb des Kindergartens der Fall ist. Vielleicht überrascht die Eltern diese Information von dir, aber vielleicht entlastet die Information die Eltern sogar. Gemeinsam kann über solche Situationen gesprochen werden und der weitere Weg überlegt werden. Die Eltern sollten merken, dass sie gewertschätzt werden, bei positiven, aber auch bei negativen Punkten. Wenn es zu Schwierigkeiten in der Erziehung oder Entwicklung kommt, dann stehen sie nicht alleine da. Es gibt eine Lösung und einen Weg und die Einrichtung hilft dabei. Wenn vorab Erwartungen und Wünsche der Eltern geäußert wurden, sollten diese im Gespräch ebenfalls an- und besprochen werden. Insgesamt sollte während des Gesprächs darauf geachtet werden, dass möglichst wenig Fachsprache verwendet wird. Wenn doch, dann sollten die Wörter erklärt werden. Wenn die Eltern selbst aus dem elementarpädagogischen Bereich kommen, ist Fachsprache natürlich möglich. Das Gespräch sollte nach Abarbeitung des Gesprächleitfadens mit der Frage nach Rückfragen oder Anregungen beendet werden. Phase 3 – Die Nachbereitung Das Gespräch sollte dahingehend nachbereitet werden, dass die einzelnen Punkte protokolliert und verschriftlicht werden. Zusätzlich solltest du dir einen Überblick verschaffen, ob es Vereinbarungen, Informationen oder sonstige Dinge gibt, die du weiterleiten solltest. Beispielsweise Vereinbarungen mit den Eltern, die auch deine Kollegen wissen sollten. Für deine persönliche und fachliche Entwicklung kann eine Selbstreflexion sinnvoll sein. Diese wird dir auf jeden Fall helfen, dich von Gespräch zu Gespräch weiterzuentwickeln und zu verbessern. Folgende Fragen können dir dabei helfen. Wie ist es mir im Entwicklungsgespräch ergangen? Welche Ziele hatte ich mir für das Gespräch gesetzt? Habe ich diese Gesprächsziele erreichen können? Welche Hürden hatte ich vor dem Gespräch erwartet? Sind diese Hürden im Gespräch tatsächlich aufgetaucht? Und wie bin ich mit den Hürden im Gespräch umgegangen? An welchem Punkt war das Gespräch besonders angenehm? Gibt es Punkte, die ich in zukünftigen Entwicklungsgesprächen anders machen sollte? Wenn dich interessiert, was eine Kinderkonferenz ist, dann klicke doch hier. Für das aktuellste Video auf dem Erzieherkanal, klicke hier. Lasse doch ein kostenloses Abo da, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.